Klimaschutz im Klassenzimmer. Das funktioniert ganz einfach mit spannenden Exkursionen und interaktiven Workshops. Bei der Energieschule in München stehen Themen wie Klimaschutz und Energiesparen auf dem Stundenplan. Alles im Zeichen der Umwelt. Die Energieschule besteht eigentlich aus vier Modulen für unterschiedliche Klassenstufen und Schularten. Und das, was man hier sieht, ist ein Teil von dem Modul Sonne voll Energie. Das ist für dritte und vierte Klassen. Da bringen wir den Solarkocher mit an die Schule, unser Energierad und Energiemessgeräte. Und wir wollen den Schülerinnen und Schülern das Thema Energie, das vielleicht eher ein bisschen abstrakt ist, einfach möglichst spannend und erlebbar in die Schule bringen. Die Module helfen den Grund- und Mittelschülern selbst im Alltag einen Beitrag zu einer umweltbewussten Zukunft zu leisten. Die dürfen mit den Messgeräten, die Geräte, die es im Klassenzimmer gibt, mal messen und schauen, wie viel Energie die verbrauchen. Die dürfen eben auf dem Energierad selber Strom erzeugen und das, also da geht es auch wirklich immer voll ab in den Klassen, weil die sich dann gegenseitig anfeuern und natürlich das Wasser im Wasserkocher zum Kochen bringen wollen, was sie nicht schaffen, weil das wirklich sehr anstrengend ist. Das Angebot der Energieschule München gibt es bereits seit 2009 und hat seitdem ca. 13.000 Schülerinnen und Schüler erreicht. Der Verein schafft es, komplexe Themen anschaulich, altersgerecht und mit ganz viel Spaß zu vermitteln.